Hallo Leute, natürlich ist es der liebe alter Markus P.E.L.P. Nein, nenn mich 161. Ich möchte dir dann auch was zeigen. Das habe ich nicht gemacht. Schau dir das eine Video an, wo... Hey, nein, das ist mein bestes Schwerter. Wenn du es knippst, dann bringe ich dich mit meinen 13... Nein, schlag mich nicht, schlag mich nicht. Ich habe zwei Eisenschwerter. Ja, will ich ein Eis? Nein. Also Leute, ihr wisst, beim letzten Video habe ich 16 Eisen gebraten. Die sind jetzt fertig. Ich möchte dir es jetzt zeigen. Ja, gut, zeig es mir, wenn du mich entdeckst. Ah, wenn du... wie viel Leder hast du? 0,00 Periodis. Komm jetzt! Weißt du was? Komm jetzt, komm, ich möchte dir es jetzt zeigen. Ja, was willst du mir zeigen? Zeig es mir. Was? Ich... ich renne gerade dahin. Nein, okay, da. Da da, 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 da. Was? Ja, da fliegt ein Laber rein, schlag dich nur. Nein! Nein, du gehst dich in Kirti. Das habe ich nicht gemacht, Leute. Schad, das... So, ich gebe jetzt ein... sie wir haben jetzt ich bin ich habe es mit einem Dreizeig abschmeißen aber davor bist du tot ich lasse meine Pferde in Ruhe nicht nein es war nur Spaß ich habe keinen platz mehr ich habe keinen platz mehr er reagiert doch das rot ja auch nicht zu schlagen ja und leute ihr wisst der unsichtbare wanderer der unsichtbare wanderer ist weitergekommen so leute ich sage ich mache mal eine eisenhose ganz wichtig die hassen dich ich möchte gleich ich möchte gleich meinen kanal leute ihr wisst im letzten video habe ich da mit dem zombie herumgespielt in dieser ecke ihr könnt euch er ja erinnern was machst du in meiner kiste ich zeige dann ich verlasse gleich den die welt warte ich gebe dir dein steak also gibt jetzt mein schild her ich habe nicht leute ich hab ich habe ich habe es jetzt her gibt ich habe schau in deinen linzer schau in deinen Du kriegst Items, du kriegst man... Aua, das Lava schießt mich ab, dass ich's töten... Nein! Da ist das rote Blut? Ist das Blut? Nein! Das ist mein letztes Video ja gesehen, ich hab's gefärbt. Komm, komm jetzt! Ich geb dir mein Hauptschwert und meine Hauptspitze. Ja, endlich! Ich hab weh noch... Ach du Scheiße, Hauptspitze, Hauptschwert, danke! Bitte, ich hab eh... Sind das die originalen aus dem Video? Ja, Leute, schaut euch das letzte Video an. Ich kann's euch leider nicht verlinken. Ach... Ja, ist der Böse dafür. Hör auf! Ich hab... Ja, Leute, das war's mit dem... Der Welt. Ich kann die gleich verlassen. Äh... Gib mir jetzt meine Sachen wieder. Die liegen da alle herum, du Aal. Alle, genau! Ja, gut, ich sag alle... Nein. Ja. Ich töte dich, wenn du Items von ihr fladerst. In echt oder in Michael? Oder beides? Vielleicht beides. Jau! Mann! Leute, hiermit hab ich's recordet. Eine Morddrohung. Nein, in Michael platziere ich! Ja. Guck? Hier fehlt etwas. Ja. Deine Morddrohung. Nein, meine Schuhe. Ja. Die sind völlig kaputt. Ja. Weil da bin... Nur mal schwer. Ich muss nicht kaputt gehen. Und dann ist das nicht kaputt. Und dann ist das nicht kaputt. Oh, schweiz. Die fanden... Mann! Das hab ich selber gebaut! Du Aal! Nein, Bunker! Nein! Nein! Mein Bunker! Ja! Ich bin gerade wieder gespawnt. Haha, du Aal! Hör auf mich! Ich hab... Ich hab voll wenige Herzen. Töte mich nicht! 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 Bitte! Die von... Nein! 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 Ich hab die der Wolle von denen gelandet. Bitte schlag mich nicht! Herz! Geh weg! Geh weg! Leute, seht ihr wie wenige Herzen ich habe? Am Anfang wurde mich geschlagen. Ich glaube, da hatte ich ein Herz, oder Leute? Oder ein halbes? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich hab es gehört! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hallo, neighbor! Ich bin nicht gerade! Er ist ein neighbor! Ich bin nicht los auf! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich schaffe den Sprung! Leute! Oh! Nice! Ich hab ihn geschafft! Das ist dieses... Du werd dich die ganze Zeit anschauen! Ja, ich hab Steine! Hey! Ich hab auf dich reagiert! Auf mich? Ja! Du hast auf mich reagiert? Ja! Ich habe deinen... Ah, Connor, hör auf mich zu schlagen! Ich weiß nicht! Das ist Connor, die Spinne! Hallo! Nein, ich schlag dich nicht! Jetzt ist Connor tot, die Spinne! Ja, jetzt ist Pech gehabt! Jetzt bist du... Deine Wolle sinkt... Deine Wolle habe ich versteckt! Ah! Da ist die Spinne! Deine Wolle sinkt und versteckt! Leute! So, da war nie irgendetwas! Er hat doch nichts hingebaut, oder Leute? Ihr könnt's beweisen! Hey lol! Ich hab da keinen Schaden bekommen, ob ich da gesprungen bin und hab die Spinne geglauben! Wo... Ist... In Nürnberg! Ich bin so blöd! Jetzt weiß ich, dass du blöd bist! Schlag mich nicht! Ja, ja, ja! Beruhig dich! Ich kann auch meinen Dreitag rausholen, Alter! Such dir selber ein Haus! Ach, Haus! Ach, Haus! Ach, Haus! Das war's mit dir! Das war's mit dir! Das war's mit dir! Und das das einfach nur sehr sinnlos war, dieses Video! Ich weiß nicht, wieso ich das gemacht... Geh weg! Geh weg! Bitte! Danke! Geh weg! Ja, die Scheiße! Ich weiß nicht! So, du hast wieder all dein Scheißzeug! Ach, ja! Schau! Ey, wo ist meine Map? Keine Ahnung! Scheiße, ich hab sie nicht aufgesammelt! das ist eine holzspitzsacke ich habe das wasser ich habe es man ich gebe dir die items die mann herrn wieder dann das nicht einfach mit der eisenrüstung ja gibt es weg Ja, das ist meines. Nein. Das ist nicht meines, Alter. Entschuldigung, ich würde mal sagen, dass das Video von einer Zahlenskala von 1 bis... Als ob die Welt jetzt verlässt, das Video auf. Als ob du... Ich würde dem Video eine... Ja, das ist... Bleib da drinnen, ich mach so eine Wohnung. Ich brauch keine Wohnung, ich bin ein armer Wanderer. Und jetzt, nachdem ich dich gekehlt habe... Nein, bitte nicht! Bitte! 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 Bitte töte mich nicht! BVP ist am Schiff. Nein, bitte! Bitte! Bitte töte mich nicht! Ich höre dann auch auf, dich zu töten. Okay, gut. Ja, ciao Leute. Ich hoffe, euch hat das Video nicht gefallen. Als ob du das Video jetzt beendest. So, ja, tschüss. Als ob du das Video jetzt wirklich beendest. Ja, das beende ich jetzt. Ciao Leute. Ähm, viel Spaß in... Nürnberg. Nein. Viel Spaß am restlichen... Also, schönen Tag noch. Und... Ciao. Bye, bye. Bye, bye. Okay. Oh Mann, jetzt höre ich sein Video. Ich mache Pause, okay Leute?